da da hat der loch da muss ich hin Willkommen mein Name ist Daniel Elton und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Mega Man X 8 ich war die ganze Zeit am Suchen wo ich hin muss und boah nee da ist es nicht gut ausgegangen überhaupt nicht ich bin die ganze zeit in diesem gebiet gegangen wo die plattform werden auch gehen am ende hat er gesagt also ein großer ort der nicht auf der karte eingezeichnet ist und so da musste hin ja ich glaube aber das hängt irgendwie nicht mit dem metall zusammen was ich suche sondern etwa dieser ein raum die wir erkundet haben und ja ja ich weiß ja unten ist und war den weg bis daheim weil es wieder in diesen einen raum aufgetaunt er hat mich fertig gemacht ich bin die verdammten stacheln hier reingerannt und ich bin auch damit war es nun war der absoluter aber jetzt habe ich eine ahnung was ich machen muss und ich glaube die ist richtig du komm her sammatt hier und jetzt müssen wir zurück zu diesem loch weil wir können also pussyhaft fliegen und ich brauche was das echte nicht reicht wir können also pussyhaft nach links fliegen so ganz langsam und ich dachte wir müssen zu diesen rüstungsteil fliegen aber nein wir müssen diese loch fliegen und ja ist gut ich habe dornläufer oder wie auch immer das heißt wir können so schnell es passieren aber hochzukommen sehr gut aber ist aber da ist eigentlich sogar noch besser jetzt sind wir nämlich wieder am anfang jetzt kann man von hier aus zu diesem verdammten loch gehen weil den papiere haben wir aber erst mal gucken wie lange fliegt das wird ob gott ja super da wird schon wieder eine fehleraufnahme was soll denn der mist die solchen daher reinkommen muss dadurch da weiß ich ich kann mich auch ganz dunkle erinnern da vielleicht was ist warum fliegt er denn so passiert ja okay ich habe so eine idee ja haha was haben wir hier dankeschön so aus ja zum labor nein zum kielbildschirm nein was haben wir denn bekommen ah das ding haben wir bekommen okay ist klar na gut dann ja okay das ding brauchen wir auch natürlich um das letzte seltene metall in diesem level zu bekommen so komm mal her den t brecher ja panzer brechen ist dingen warum denn nicht ja langsam kriegen wir alles langsam aber sicher mit gefüllten fails so jetzt hier runter und dann pack ich noch hier in der aufnahme weil kann ja so viel köstliches passen hier hört oder solche trau schneiden naja kam aber ich kann bock zu bin ich zu faul für nein aber die überleitung die sind mir an zu blöde ich habe hier so ein mit dem programm mit dem ich die überleitung mache die kannst du gar nicht umstellen die sind immer so verdammt langsam hat man in einigen anderen projekten auch schon und war er ist wirklich so langsam er dreht sich bestimmt dauert ungefähr zehn sekunden bis der übergang fertig ist und das möchte ich mir nicht antun und so einfach von einem moment so blöd wir sehen uns dann gleich und blöd da bin ich wieder das ist mir auch ein bisschen zu blöd dadurch dann lieber hier alles in eine aufnahme einpacken so danach wenn ich das hier wenn ich hier die metall bekommen hat dann habe ich auch keine ahnung wo aber gucke ich mal kurz auf die aufnahme und dann passiert so was apropos aufnahme meine letzte aufnahme die ist irgendwie so schwammig ausgefallen ich habe keine ahnung wieso und das düsen deswegen kurche gerade so auf dem bildschirm mit meinem laptop sieht man wieder so langsam aus ich habe keine ahnung woran das liegt ich habe das dutzendmal gerendert und durch verschiedene einstellungen und so ist einfach nicht weggegangen jetzt passiert ist also mit letzter aufnahme meine ich die aufnahme in darment ist wie gesagt keine ahnung wo ich das letzte metall von darment ist finde ich auch noch mal nach ich habe das noch nicht im hinterher nach guckt bin ich stolz ich habe hartnäckig geguckt ich habe an dem fall schock nicht durch den ganzen verdammten riesigen raum ich bin dann links dann waren da so plattform also ganz am ende wo die plattform auch hier da war so eine verdammte plattform bin ich einfach nicht bewegt und man so perfekt drauf stehen konnte da ist nichts passiert ich habe mich schon gewundert was muss ich denn gemacht dann bin ich gesprungen dann ist auf einmal kameran unten gegangen mit mir runtergefallen und dann habe ich jetzt richtig aber egal so ach ja ich könnte meinen hammer zeigen ich sehe aber nicht so stark weil man kann gar keine kombos macht da bin ich ein bisschen blöd sagt hier kann mir eigentlich passieren ich habe diese verdammten dornen rüber laufe dinge also kein dinge so ich habe die restlichen weitmetalle wenn ich zufrieden will in einem park passen ich habe irgendwie zurecht auch gelangt ich gerade was anderes gesagt habe aber dann noch ein paar dann zu verballern und restlichen partie nützt man das auch blöd ich habe keinen navigator haben wir haben was bekommen wir haben eine neue nachricht auf ihren senden metallkonto und das was veräckten ja ich habe gar keine zeit so schnell bin ich so ex doppel barriere das wird die dauer der ungesiegbarkeit nach einem treffer ok kann ich weiß noch nicht heiß wer weiß ob ich in dem jetzt kaufen kann sondern wir hier alles hier mal ist hier mal ist hier mal ist ich schätze mal ein metall bekommen wir wenn wir hier alle testbereiche auf gut schaffen aber ja das werde ich auch so gemacht weil das ist eigentlich ja nur der gleich und das muss jetzt nicht noch mal alles betrachtet werden aber ich mache dann erstmal ihren schnitt und dann sehen wir uns gleich oder vielleicht auch nicht wenn ich die anarbeiteteiligung kommen ab also bis gleich tschüss und da bin ich ja ich habe das ding bis zum erbrechen nicht gefunden worauf ich dann gezwungen war nachzugucken wo das dinge ist und wie ich sich herausstellt ist das dinge ein jeder vergraben tatsächlich ja 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 dann bleibt nur noch ein dinge übrig und schwein optik sonkel auswählen haben wir bekommen irgendwas meines so zack und zwar achten zweitens lebensgang geil ich habe keine reservere energie verzehrte eine dornenbarriere ach ja die hat drauf gegangen na gut jetzt haben wir alle lebenswerke und dem wappentank das ding das können wir ja nicht bekommen hier sind drei sachen die man nicht bekommen können da muss jetzt hier sein da mache ich mich mal auf das letzte ding zu finden und ja sehen wir später weil das nehme ich nicht noch auf weil das mit viele fails beanspruchen und nein davon hatte ich es jetzt schon genug deswegen sage ich bis gleich so irgendwie habe ich es geschafft keine guckte daran da war ehrlich gesagt nur zweiter besuch ich weiß die ganze zeit gemacht habe er hat immer die meisten gegner sofort getötet und hat die sache viel einfacher so und jetzt guckte ich dann das letzte metall wort hat die sache versucht einfach gemacht nur hat aufzunehmen das wäre natürlich richtig blöd gewesen weil ich bin mal so fünf minuten gewartet ist das ding wieder aufschüttet damit ich im nächsten raum direkt hat den einsetzen konnte war ja eigentlich ich weiß nicht immer so unter zehn sekunden müsste man das glaube ich schaffen also die carus rüstung holen die gaschlag und das metall ist auch kein problem so aber nicht mit der generator erzeuge metall allein durch normale bewegung dieser schiff macht das automatisch ja super dass ich ihn jetzt erst bekomme weil ich habe schon alles aber kann auch nützlich werden wenn ich hier mit halbe ich glaube so alle paar schritte kommt man immer so ein handvoll von metallen aber ja das bringt uns jetzt nicht mehr viel aber egal wir haben jetzt guckt euch jetzt guckt es euch an guckt es euch an so schön und hat und hat und hat auch noch so damit hätten wir schon mal alle selten metall eingesammelt und ja dann würde ich sagen in der nächsten folge nehmen wir uns dann den turm vor den jacob project wie ist der verdammte tournummer ich habe es vergessen scheiße egal ja ich bin hier fertig bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten part tschüss